siehst du so wie viel haben wir jetzt 36 diamanten schon wahnsinn es ist ja völliger wahnsinn ist das hier das ist ja der völlige wahnsinn rastet aus leute der ikat ist in so haus der ikat ist in so haus die manuela ist in so haus und das rocker weibchen rastet aus aber nicht fürs ocker weibchen was nein rastet für alle aus wir machen uns hier auf jeden fall eine trappe hin weil so sehr viel machen können wir hier auch bald gar nicht mehr weil das inventar schon wieder voll ist aber wir werden hier auf jeden fall noch mal herkommen wir werden hier alles erkunden alles aber es macht natürlich sinn hierher zu kommen wenn wir ja platz haben ich wäre ja immer noch für einen rucksack für einen vernünftigen rucksack liebes team wahnsinn ist das das ist der blanke hohen also der blanke hohen nicht der blanke hohen denn so hallo das gold lassen wir da jetzt gerade mal diese musik ey das ist so verwirrend aha guten tag herr creeper man haben sie mir was mitgebracht ja sie müssen doch nicht gleich platzen vor neid so ich würde sagen wir machen uns langsam auf den weg wieder zurück weil da haben wir dann auch noch ein paar sachen zu erledigen ein bisschen was verzaubern und dann ist die aufnahme auch schon wieder vorbei ich weiß gar nicht mehr wo wie was war doch ich glaube schon wir machen hier auf jeden fall mal folgendes da bin ich wieder passi ich grüße dich ikat rastet schon wieder völlig aus 70 rosen von ikat äh junge heb dir das doch auf für die spenden streams auch wenn du gesagt hast da ist was anderes da hinten kamen wir her ok passi was hast du schönes gemacht wo warst du denn gewesen wo hast du denn gesteckt du hast was verpasst ich weiß jetzt nicht ob es so unfassbar war was du verpasst hast aber so gut man hat mein kumpel ach ja verdammt ach du hast doch gerade ihn erst erzählt und jetzt frage ich von ¡Hö Woodlesheit dass der hat der düsseldorf leben wir nicht zugehört und tag schön kommt zu hause keiner da wir machen gleich mal die andere playlist wieder an hier so da kommen wir das erste durch an ein webcam können wir jetzt auch ausmachen können wir das auch wieder rüber schieben ach ja das hat spaß gemacht muss ich ganz ehrlich sagen es macht auch allgemein viel mehr spaß wenn man live ist dabei wo man halt so ein bisschen interagieren kann ein kleines bisschen immerhin was habe ich denn verpasst guckt ihr meine 400 dritte oder 440 folge an bei minecraft auf youtube dann siehst es nein es war eine mega geile krasse hülle ich habe jetzt noch nicht so viel von den neuen hüllen bei minecraft gesehen ich weiß nicht ob du überhaupt minecraft guckst oder spielst oder so oder kennst kenn wohl ja aber nach dem neuen update diese hüllen sind schon echt pornös so dann haben wir jetzt wieder ganz viel krempel hier du also spiel ach so gar nicht so das interesse an minecraft ja gut dann ist das für dich jetzt auch nicht so offen so der da rein da da ist das mobile spieler ok 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 so der dahin das kommt weg der kommt weg der kommt mit rüber machen wir hier mal so das kenne ich gar nicht das sagt mir nichts erkläre mal so kriegen wir da noch eine aus jawohl so die kommt mit rüber so sehr viel roheisen haben wir da jetzt auch nicht mehr gefunden und können wir mal so machen dann passt es von der proportion her besser so das nehmen wir auch mit rüber das gold auch dieses blöde fleisch keine ahnung hier tnt können wir uns schon mal basteln wieder aber kein sand doch da ist ein battle royale spiel für das handy sowie für pc xbox ps4 ok na handy spiele ich tatsächlich gar nicht mehr so ich habe eine zeit lang hier der icky auch eine zeit lang sim city building gespielt ja aber jetzt mittlerweile spielst du auch schon länger nicht mehr ich werde wohl wenn ich glasfaser aber mal wieder reinschauen weil es halt mit glasfaser einfach mehr spaß macht mit internet überhaupt so 18 haben wir da werden wir noch ein paar sammeln bevor wir da mal wieder loslegen zieht sich auch wie so ein endlos kaugummi ne danke für den hotdog so ein hotdog wäre cool so ein vegetarisches würstchen so 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 2 tnt haben wir noch über lapis lazuli da werden wir auch mal ein blog draus machen gummibärchen danke für die gummibärchen und noch ein döner ein döner ein döner äh was ist es freitag passi ein lütscher für den lütscher ich danke dir krass ein kaffee oh ja ein kaffee werde ich mir auch gleich noch machen wenn ich raus bin hier ähm wir machen uns mal ganz schnell ein diamantenhelm hab urlaub und fahrer zum auswärtsspiel nach bremen warte mal ich hab grad schon wieder nicht auf dem schirm woher du kommst oder welche mannschaft deine war diamant das und der müsste noch äh was kiel kiel genau kiel stimmt kiel warte mal was fehlt denn jetzt noch das haben wir doch schon ne die manche stiefel die manche stiefel helm hose wir brauchen noch zwei diamanten okay das hat natürlich jetzt einiges an diamanten gekostet aber früher oder später brauchen wir die eh und den haben wir so aber jetzt schon mal wisst ihr dann können wir die jetzt mal mit runter nehmen und gleich unten mal schauen wie es aussieht so wo haben wir die schallplatten da haben wir eine schallplatte okay wir gehen aber erstmal ganz kurz rüber muss da irgendwas von mit irgendwie was noch hier was technisch irgendwie was das lassen wir hier das lassen wir hier wir können mal mag will auch ein kaffee kaffee muss einfach sein können hier mal so ein bisschen aufräumen drin noch zehn federn dankeschön ich liebe dich auch ich liebe dich auch jetzt ist es raus sorry sorry immer die auch mal mit dass wir hier mal ein bisschen platz kriegen leder pass auf leder wir nehmen leder mit wir lassen dass das lassen wir hier an leder da haben wir das warte mal wo ist denn das gammelfleisch das ist da das packen wir damit hin leder nehmen wir haben wir hier noch weiße wolle das lassen wir da ich danke dir für wunderlamm der ikat hat einfach schon mal 1000 münzen hier reingeknallt meine leute 1000 verfickte münzen hatte hier schon reingehauen heute ich danke dir doch ich warte nur auf das symbol aufstrebender star nein du dich nicht warte mal man kann ja mal spaß das habe ich ganz kurz ich würde mal ganz kurz würde mich mal ganz interessieren man kann das gleich anklicken wenn man das so drin ist okay wenn man nämlich nicht selber live ist kann man das anklicken und so geht das nicht ich habe auch nur 19 prozent akku sollten wir aber schaffen so ich renne jetzt mal nach drüben wie barbie das verpennen dann bringe ich noch ein bisschen was weg den gehen wir runter entschaden noch mal ganz schnell was gucken ob wir auf der rüstung knallen können und dann bin ich raus ich drehe mal ganz kurz im handy die helligkeit ganz runter dann hält das noch ein kleines kleinen tukken länger die verändert sich nämlich tatsächlich auf dem pc nicht die helligkeit dann so habe ich schon geschlafen ja kuba schwert ne auch wie lange es hält obwohl nur schärfe 2 drauf ist den nehmen wir dann auch mal drunter dann brauchen wir da nicht ewig hoch rennen wenn wir da was machen wollen danke schon für deine rose so brauchen wir den ganzen quatsch mal darüber hier vorne waren die waffen da packen wir auch die federn rein weil die federn brauchen wir ja für waffen so dann war hier blumen da haben wir gerade nichts auf tasche oder mal können wir das auch mal hier mit reinpacken hat ja da eigentlich auch was zu suchen drin hier waren da ist leer da müsste eigentlich auch eine doppelkiste sein sieht aber scheiße aus wenn da eine doppelkiste ist also müssen wir die öfen versetzen irgendwie wir müssen irgendwas mit den öfen anders machen hier das geht auch nicht warte mal weiß jetzt auch nicht ob hier oben so viele öfen brauchst keine ahnung so so ah shift geht ja nicht den connect detail nicht so also können wir trotzdem noch den ofen von hier oben benutzen und von unten gleichzeitig auch wünsche eine gute nacht passi wünsche ich auch dankeschön schön dass du da warst so jetzt gucken wir mal wir machen eisen nach vorne eisen dann würde ich sagen gold gold ach hier ist ja auch noch kohle kohle dann kommt redstone würde ich sagen guckt euch mal an wie viel redstone wir haben ach nee warte wir machen das anders der kommt dahin der dahin so wir können die ja auch so nach unten ziehen hier ne lapis lazuli packen wir da mit hin nehmen wir aber auch ein bisschen was gleich schon mal wieder mit runter ok 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 so ein paar stickies machen wir uns mal so sieht die kiste schon ganz gut aufgeräumt aus jetzt ne hơn sehr so wir das coast das